Rose Fröhlich, echter Patientenfall, unklare Beschwerden. Was kann man tun? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis und die echten Patientenfälle. Bitte denkt dran ihr Lieben für den ganzen Content, die vielen Infos, wo ihr einiges für euch raussuchen könnt und auch in die eigene Praxis, also für euch in den eigenen Alltag umsetzen könnt. Plus weg, abonnieren, je nachdem wo ihr mich seht. So, ihr Lieben, zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen jungen Mann in der Beratung, der mit unklaren Bauchbeschwerden kam, also unklare Symptome bzw. es war unklar, was er an Diagnose hat. Er hatte viele Fachärzte hinter sich und dann kam der Hausarzt nochmal auf die Idee, Patient zu mir in die Beratung zu schicken und ich habe mir da die ganzen Unterlagen angeguckt. Also der Patient hat wirklich alles mitgebracht, was sie in der Vergangenheit alles gemacht haben. Dann habe ich ihn gebeten, dass er Ernährungsprotokoll schreibt mit Symptomen, Uhrzeit und Datum und dann haben wir sozusagen uns die Ernährungsprotokolle angeguckt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also manchmal finde ich es ganz unheimlich, aber in diesem Falle war es tatsächlich so, dass er Reaktionen auf eine Fructoseintoleranz hatte. Die haben bei den Gastroenterologen eine Laktose vermutet gehabt. Da hat er auch einen Atemtest gemacht. Dann hat er einen Sorbit-Test gemacht, das ist ja Ersatzzucker. Dann haben die Galaktose und noch was Viertes untersucht, also verschiedene Atemtests gemacht. Die haben auch bei ihm Glutenintoleranz ausgeschlossen mit einer, tatsächlich auch einer Biopsie im Darm. Aber tatsächlich anhand des Protokolls konnte ich sehen, dass der eine Fructoseintoleranz hatte. Und zwar, woran lag das? Man hat bei ihm die Situation gehabt, dass der Obst relativ gut verträgt. Er darf nicht zu viel essen, aber kleine Mengen gehen ganz gut. Und daher haben die alle ausgeschlossen, dass er keine Fructoseintoleranz hätte. Und ja, woran lag es jetzt, dass man es doch festmachen konnte? Und zwar hatte er Produkte, gibt es so Tütchen, wo wir für Soßen, also Soßenpulver nutzen können oder Tütchen, wo ihr Geschmacksrichtung nutzen könnt, auch für Suppen oder Brühpulver. Und jedes Mal, wenn er das genutzt hat, hat er Bauchschmerzen gekriegt. Und auch Blähung, Blähbauch, manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir konnten dann, das ist für mich relativ simpel, dann festlegen, dass es die Zwiebeln sind, weil die enthalten Fruchtzucker. Und dieser Fruchtzucker fängt an einem Darm zu spalten. Und dadurch entsteht dann die Luft sozusagen, weil der Zucker gespalten wird. Und er hat dann aber auch nicht nur auf Zwiebeln an sich reagiert, wenn die zum Beispiel irgendwie auf Mett drauf ist oder in den Bratkartoffeln. Oder er hat es auch häufig im Restaurant gehabt und hat gar nicht verstanden, warum. Es waren tatsächlich die Zwiebeln. Auch auf dem Salat zum Beispiel. Das heißt, er hat eine Fructoseintoleranz. Dann die Gastroenterologen in diesem Falle auch nicht dran gedacht, weil bei Fructose denken wir immer grundsätzlich an das Obst, was auch bedingt richtig ist. Aber ganz viele reagieren auf die Zwiebel. Und bei ihm war es so, dass die Fructoseintoleranz tatsächlich im Schwerpunkt auf Zwiebel war. Wir haben die einfach rausgenommen und es war echt schön bei ihm zu sehen. Kurz danach hat er tatsächlich weniger Beschwerden gehabt. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr den Verdacht habt, nehmt mal die Zwiebeln aus dem Essen raus. Versucht sie zu schauen, wo Zwiebelpulver drin ist. Dass ihr Gewürze, wenn es unklar ist, eventuell das Lebensmittel auch mal rausnehmen. Ihr müsst immer schauen, dass ihr für eine Intoleranz längerfristig das weglasst. Also da nützen nicht nur mal drei, vier Tage oder 14 Tage, sondern bei manchen Patienten müssen wir wirklich sehr lange gucken. Das heißt, ruhig auch mal ein Vierteljahr die Sachen rauslassen. Aber immer eine Komponente nach der anderen, um hinterher im Protokoll, wenn man selber einschreibt, auch sehen zu können, was sich da verändert. In der Regel ist es bei der Fructoseintoleranz so, lasse ich das weg oder zum Teil auch das Obst weg oder reduziere die Menge an Obst. Dann haben die Leute auch weniger Beschwerden. Ganz häufig ist es also die Zwiebeln. So ihr Lieben, also manche Fälle sind immer wieder spannend und ich wundere mich immer wieder, was alles möglich ist. Aber dem Patienten wurde geholfen, das ist ja das Wichtigste. Ihr Lieben, ich hoffe, das geht hier mit meiner Brille. Irgendwie ist der Lichtanfall ja heute etwas komisch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ganz lieben Dank. Denkt nochmal dran. Plus weg. Abonnieren. Je nachdem, wo ihr mich seht. Und habt ihr Fragen gerne in die Kommentare. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.